Peace out of the world, der von Kevin. Ich bin's Marvin. Heute testen wir Ghost Tracker Apps. Wir haben viele verschiedene am Start und testen die hier in diesem Hotel. Um 3 Uhr nachts. Leute, wir gucken mal, ob dieser Ort hier verflucht ist oder nicht. Wir sind hier schon. Wir haben die drei besten Ghost Tracker Apps runtergeladen und wir testen einfach mal, sind die wirklich gut oder nicht. Falls die nicht gut sind, Leute, schreibt in die Kommentare, was es noch für Ghost Tracker Apps gibt. Genau. Wir fangen direkt an, oder? Fangen direkt an. Sehr gut. Leute, wir haben Ghost Detektor. Nochmal Ghost Detektor und Ghost Detektor. Wir heißen einfach alle Ghost Detektor. Welche sollen wir nehmen? Ghost Detektor. Okay, wir fangen an mit dieser App, Leute. Okay. Calibrating Sensors. Okay, es wird kalibriert hier alles. Spirit Detektor. Start. Okay, musst du die Kamera zugreifen, müssen wir machen. Oh. Fehler verkaufen. Walk around slowly. Detect entities. Okay, wir müssen langsam rumlaufen und die Gegend scannen. Bis jetzt sieht alles gut aus. Da steht eher im F20. Ich glaube, das ist gut. Ich mache mir hier Sound an, ob man was hört. Wow. Alter. Wow. Rechts. Wow. Im Spiegel. Genau, im Spiegel. Aber hier ist auf der Kamera nix. Yo. Alter. Hier muss was sein. Der ist da drin oder so. Im Spiegel. Oh, der hängt hier im Spiegel. Warum im Spiegel, Leute? Okay, das ist crazy. Ich habe gerade Gänsehaut. Hier sehe ich nix und du siehst einfach eine Gestalt. Yo, Ghost. Entity, was kann ich jetzt machen? Ask questions. Kann ich mir eine Frage stellen? Oh mein Gott, das kostet einfach eine Frage. Was ist das denn? Läuft bei dir? Okay, hier soll ein Geist sein. Soll ich jetzt eine andere App testen, ob ihr wirklich anletzt? Oder sollen wir erstmal weitermachen mit der App? Wir können gerne mal. Wir können erstmal mit der App, wo überall das ist. Genau, wir können ja nochmal in den Poolbereich gehen. Ins Bad. Da war ein Geist. Alles klar. Wow. Hier sieht alles gut aus. Wir checken erstmal drin, würde ich sagen. Mal gucken, was hier geht. Oh, warte. Oh mein Gott. Der ist immer noch in der Ecke. Boah, ist der da hinten? Ja, der bleibt da. Okay, das ist krass, dass der so... Ey, es kommt. Was ist denn das? Das war eben nicht an. Alter. Die Toilette macht Geräusche, Leute. Wenn da jetzt was ist. Wow. Warum macht die Toilette gerade Geräusche? Wow. Ey, das hat gerade ge... Ey, das hat gerade vibriert, das Bild. Ey, Leute, es gibt zwei Verrückte Geräusche. Oh mein Gott, Leute, was ist da drin? Mach auf. Oh mein Gott. Alter. Oder wäre jetzt eine Wurst, Alter? Das ist nicht einmal passiert. Leute, das war ungeknickt einfach. Okay. Ey. Okay, hier sieht es gut aus. Wir checken auch in der Dusche, dann gehen wir mal zum Kühl. Genau, wir können auch die Dusche ausfüllen. Es ist jetzt nur ein Geist hier. Ein Geist, der da hinten ist, Leute. Oh mein Gott, das war dann echt creepy. Ja, also das ist natürlich einmal passiert, seitdem wir hier sind in den zwei Wochen. Aber hier sieht alles gut aus. Null EMF. Okay. Ich glaube, das ist die Geistereignisse. Dann kann ich gleich noch ohne Ängste duschen. Sehr gut. Ja. Arme aus dem Fenster hier gucken. Gut. Okay. Hier ist alles safe. Bis jetzt noch ein Geist. Krass. Wir können auf die Veranda. Machen wir hier zu, als sehe ich irgendwas. Okay, komm. Ich bin gespannt. Nix. Okay. Disconnected steht hier. Wir sind auch disconnected. Okay, draußen hoortet das nicht, ne? Wir testen jetzt die anderen. Okay, ein Geist war im Spiegel. Wenn da auch was in der Ecke ist, Junge, dann ist da irgendwas. Junge, wenn das in der Nähe vom Bett, das sollen wir hier doch die letzte Nacht aushalten. Okay, Leute, nächste App. Okay, nächster Ghost Detektor. Einfach nur Ghost Detektor. Ich glaube, diesmal ist es ohne Kamera. Ich gehe einfach mal rum. Ich weiß nicht, ob da an ist. Wenn es hier wieder im Spiegel was ist, ne? Dann geht es hier richtig. Ah, nee. Jetzt. Okay. Okay, hier sieht es gut aus. Oh, es macht eine sehr krasse Geräusche. Ja. Hier war ja bei der ersten App. Halt, halt, halt. Yo, es geht hoch. Ey, nein. Wow. Gehen wir da rein. Mit weniger. Okay. Sieht gut aus. Sieht echt ruhig aus, ne? Yo. Jetzt gehen wir hier runter. Leute in den Ozeanen. Okay, hier ist nix, man. Yo. Krass, also hier ist ja nicht. Wo geht denn jetzt ab? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach angegangen hinter dir. Aber hier ist nix. Warum ist das angegangen? Ey, die haben wir nicht einmal benutzt. Alter, das muss ganz, dass hier eine Dusche ist. Muss ich auch nicht. Ey, hier stimmt irgendwas nicht. Die App zeigt nix an, Leute. Leute, raus. Nicht, dass hier noch irgendwas ist. Das wird ja geortet. Oh, stell dir vor, hier war was. Und wegen dem WLAN connected ist es nicht angezeigt worden. Schnell zumachen. Okay. Diese App zeigt dir nix an. Das ist jetzt nur ein Geist von einer App. Okay, krass. Jetzt die letzte App, Leute. Die letzte App. Sieht sehr gruselig aus. Oh mein Gott, alle guten Dinge sind drei. Oh, ich muss irgendwas zustimmen, Alter. Soll ich das zustimmen? Ihr wisst es, Seele verkaufen. Und ich würde sagen, Leute, Daumen hoch, wenn ich jetzt zustimmen soll. Marvins Handy? Ja. Okay, hier wird wieder kalibriert. Die wollen direkt mir hier was einbringen. Andréen fehlt 5 Euro, Alter. Ein Upgrade, aber brauchen wir nicht. Jetzt mal auf den Nacken. Okay, muss auch auf die Kamera zugreifen. Wieder mit Kamera. Walk around slowly. Okay, wir gehen wieder an unsere Geister-Ecke. Sieht alles gut aus? Sieht alles gut aus, soweit. Höre nicht, sehe nix. Ich bin gespannt, was die Ecke sagt. Wo? Oh. Oh. Spiegel-Bereich. Ist da wieder was? Hohe Level, hohe Level. Hier ist immer irgendwas. Bei jeder App ist es jetzt. Ey, locker der da drin aus, oder? Oh mein Gott. Bei jeder App war hier was. Ey, immer hier, ne? Yo, das sagt du, ey, ich krieg halt wieder Gänsehaut, Alter. Hä? Hä? Was geht ab? Yo, yo. Oh mein Gott. Leute, da ist irgendwas. Yo. Was war das? Was war das denn? Irgendwas passiert. Stopp. Ey, ich will dir ausschicken, Digga. Lass den Pool noch. Lass mal den Pool. Warte. Ey, das ist da eben mit der Dusche. Nicht so scary, lass mal länger hierbleiben. Oh ja. Oder die Kamera mal abstellen, damit wir beobachten können, wie sich das bewegt. Ich würde sagen, wir beobachten mal hier draußen, der Ort. Wo? So was? Ey, Richtung Pool. Richtung Pool? Okay, ich stelle die Kamera auf Position. Guck mal, ob wir das sehen. Weg, 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 weg. Alter. Oh mein Gott. Genau da. Alter. Geh da hin. Oh mein Gott. Genau da ist ein Geist, Leute. Genau hier? Genau an dem großen Kissen. An dem großen Kissen. Wollte mal zuschauen? Mach. Ja. Wo? 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 Wo?